Der Dancing Stars Comedy Talk mit Marion Petric. Herzlich willkommen meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge vom Comedy Dancing Stars Talk. Heute bei mir zu Gast Angela Merkel und Niki Lauda. Herr Lauda, meine Frage gleich an Sie. Wer glauben Sie denn, wird heuer das Rennen machen? Aber mit Sicherheit oder mit nicht der Sebastian Vettel oder das Hamilton gewinnt, das ist mein erster Sprich in den Punkt. Des Weiteren glaube ich, dass er mal eine Frau gewinnen wird. Und an wen denken Sie da? Also ich tippe eh auf eine Blondine und so auf den Klaus Eberhardinger. Und wie schon angekündigt, Angela Merkel, Sie haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, aber Sie tanzen ja aus der Politik schon ein bisschen raus. Wie schaut es denn los nächstes Jahr bei Dancing Stars? Hätten Sie Lust und Zeit? Ja, das ist richtig. Ich freue mich sehr. Tagschön, tagschön, liebe Ösi-Freunde. Also ich tanze ein bisschen aus der Politik raus und ich freue mich sehr, dass meine Nachfolgerin, Frau Annegret Krampf-Knarrenstauder, meine Nachfolgerschaft antreten wird und ich sozusagen mehr Zeit haben werde für das österreichische Tanzparkett, den Ballroom. Und dort werde ich dann mein Panneig aufstellen. Das war's für heute wieder. Ich freue mich auf nächste Woche. Haben Sie es fein, Ihre Mara Kietrich. Auf Wiedersehen.